Mein Name ist Hendrik von Essen, ich bin 20 Jahre alt und komme aus den wunderschönen Oberhausen. Das Talentscouting hat mich mutiger gemacht und hat mir auch ermöglicht, ein heißfiguriertes Stipendium zu bekommen. Ich bin ein Talent, weil ich der Erste bin in meiner Familie, der studiert und gehe sehr offenherzig auf Menschen zu und engagiere mich auch in verschiedenen Vereinen. Mein Traum ist es, hinterher mich in der Landeskirche zu engagieren, zum Beispiel später Prädikant zu werden. Was ich meinem Talentscout gerne sagen wollte, danke für dein Engagement!